10 Jahre Nitrado Events und die Reise geht noch weiter und damit ein fruchtiges Willkommen mal wieder zu einem weiteren kleinen Infovideo. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Nitrado hat auf ihrem YouTube Kanal ein neues Video hochgeladen. Es gab auch eine kleine Live Premiere, ich habe es leider zu spät mitbekommen, deswegen war ich da nicht mit am Start, wäre ich sehr gerne gewesen, aber trotzdem verlinke ich euch das Video natürlich einmal in der Videobeschreibung. Schaut es euch auf jeden Fall an, denn es ist ziemlich cool geworden finde ich. Zum einen sieht man schon, gibt es jetzt diese Nitrado Events seit 10 Jahren. Ich selber war am Anfang noch nicht mit am Start, ich bin erst so 2-3 Jahre später dazu gekommen und seitdem spiele ich das ganze aber wirklich regelmäßig, habe jedes Event eigentlich probiert, so gut es geht durchzuspielen, außer das eine oder andere Jump'n'Run, wo ich dann am verzweifeln war, aber ich fand sie immer ziemlich cool, sie haben mega Spaß gemacht. Und im Video gibt es einfach mal so einen kleinen Rückblick auf die letzten 10 Jahre. Da wurden einfach kleine Video Sequenzen von diversen Leuten zusammengeschnitten, unter anderem sind da Szenen von größeren YouTubern mit dabei, wie Unge, wie The Joe Craft, wie Pete Smith, aber tatsächlich auch das ein oder andere von mir zum Beispiel. Das finde ich ziemlich cool, deswegen schaut es euch auf jeden Fall an. Könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, welche Szenen das sind, denn manchmal sieht man es gar nicht so, man hört es auch an der Stimme. Ich habe da teilweise sogar noch ein altes Mikrofon. Schreibt mir auf jeden Fall mal so die Zeiten in die Kommentare, an welchen Stellen ich denn da zu sehen oder zu hören bin. Und gegen Ende des Videos, da gibt es dann tatsächlich noch mal einen kleinen Einblick in ein neues Event. Die Reise geht ja noch weiter. Da bekommen wir dann ein paar coole Kamerafahrten durch eine, ich muss sagen, ziemlich cool aussehende Map. Das Ganze ist so ein bisschen eher in Richtung Mittelalter, Fantasy vom Aussehen her. Da bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt, was da auf uns zukommt. Es sieht nicht nur nach einer komplett neuen Map aus, sondern zehn Jahre. Das heißt, ich denke mal, die werden sich auch ein bisschen was Besonderes ausgedacht haben. Letztes Jahr war ja auch Nitrado Geburtstag. Da gab es dann auch schon einige Sonderaufgaben und so weiter. Und ich denke mal, dieses Jahr wird es ähnlich sein. Das Ganze findet im Frühling dieses Jahres statt. Da wird es ein neues Event geben. Wenn es dann irgendwann einen genauen Termin gibt, werde ich dazu natürlich auch ein bisschen was berichten. Ich denke mal, wie immer wird man sich dann auch ein bisschen Nitrado Guthaben freischalten können. Es gibt wahrscheinlich auch wieder einige Sachen, die man gewinnen kann, je nachdem welche Sponsoren mit dabei sind. Und wir werden das Ganze dann natürlich auch fleißig spielen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass ihr übrigens auch die alten Events jederzeit spielen könnt. Die Server dafür sind immer noch online. Ich verlinke euch mein Video dazu auch noch mal in der Videobeschreibung, wo ich euch zeige, wie ihr denn die alten Events spielen könnt. Das soll es in diesem Video gewesen sein. Wie immer schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.